Ah, jetzt erst mal eine Runde Tube Tribute. Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein, als die Helden durch die kalte Dunkelheit der Höhlen fielen. Absolute Finsternis umgab sie wie die Kiefer eines unbeschreiblichen Monsters. Wo war der Trine jetzt? Den habe ich aufgegessen. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine 2 hier auf Tube Tribute. Ich bin der Taze, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und lange Rede mal wieder und viel kurzer Sinn. Start! Woo! Ist irgendetwas in dieser Höhle? Und es ist weder ein Regenbogen noch ein Einhorn. Okay. Ja, sicher, Digga! Hehe. Uh? Also da ist irgendwie ein Blatt. Entsatz mit X. Das war irgendwo nix. Okay. 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 So klappt das schon mal nicht. Aber jetzt. Boah, ganz ehrlich. Das suckt der jetzt schon gerade so ein bisschen. Ich stelle mich aber glaube ich auch gerade dementsprechend an. So. Wo ist das feist Ding? Jetzt ist es gerade in die Richtung. Jetzt kommt es. Da ist es. Boah, was? Yes. Yes. Trick 17. Trick 17. Mu-ha-ha-ha. Hohoho, ich bin da Weihnachtsmann. Tadaa. Alehok. Ähm. Levelaufstieg. Eispfeile 2, Feuerfall. Bewegungsunsichtbarkeit. Feuerschwert. Anstürmen. Planke. Jetzt können wir endlich Feuer schießen. Öffnet mir die Forte. Anstürmen. 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 Oh, da will ich hin. Anstürmen. Nein. Anstürmen. Mission Impossible. Das war mal gut. Anstürmen. Das war ganz ehrlich auch knapper als mir lieb war. Ja, mein Hammer! Das war jetzt richtig Matrix-Style. Ich muss noch da oben. 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 Das war's. Das war's. Ich bin hochkonzentriert. 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 Jetzt aber, come on! Ja, das ist doch nur noch ne Pfütze! Alter! Alter, Verwalter! Los, krieg ich rüber! Alter, Verwalter! Alter, Verwalter! Alter, Verwalter! Alter, Verwalter! Alter, Verwalter! Ja! Ich mach das! Alter, Verwalter! Verwalter, Verwalter, Verwalter! Oh, ja. Ja, ja. Gott. Ah, meine Fresse. So. Jetzt kann ich eigentlich wieder reden hier. Ah, 1. 1, 2. Woo! Body! Body hard. Eieieiei, na, lass mal eben. Wahrscheinlich habe ich voll die Lösung übersehen oder so. Wäre wahrscheinlich viel, viel einfacher. Hätte ich nämlich die Planke gekauft. Wäre ich gleich nochmal hier machen. Da gibt es die Kloch noch mal. Huhu. Monster. Platsch. okay einmal untergegangen das war schon in den höhlen hatte pontius ein paar pilze gesammelt doch haben soja und amadeus ihn überredet sie nicht zu essen amadeus hatte sich an früher erinnert als er in seiner schulzeit einmal einen pilztrank gebraut hatte das hat in der tat kein gutes ende genommen als die helden aus den höhlen stiegen trafen sie auf das erste licht des morgens ich hoffe euch hat die folge heute gefallen ich konnte zwischendurch nicht reden weil ich musste überlegen und denken und aber ich bedanke mich fürs zuschauen hoffe ich hätte das nächste mal wieder ein wenn es heißt let's play train 2 hier auf typ bis dahin und schau euer text